Große Geheimnisse bei deinen Lieblingsserien. Wir wissen weiter, dass das nicht einfach nur eine Affäre war. Was ich dir jetzt sagen muss, wird wehtun. Ich weiß, was Benedikt dir sagen möchte. Es geht um mich. Aufgeregt wegen morgen. Es ist Mathildas Jobinterview. Sie weiß nicht, dass ihr Vater mit am Tisch sitzt. Kennen Sie den Mann? Noch nie gesehen. Ich werde dir das alles erklären, versprochen. Aber erst muss ich den Typen loswerden, der mich verfolgt. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Deine täglichen Serien. Unter uns um 17.30 Uhr. Alles, was zählt, um 19.05 Uhr. Und gute Zeiten, schlechte Zeiten, um 19.40 Uhr.